Mit integrierter Wärmepumpe, dem Thermocooler HP. Ich stehe hier vor unserem EnviStar Flex 400. Unsere Geräte passen durch jede Standardtür in der Breite 900. Durch den rotierenden Wärmetauscher für die Wärmerückgewinnung. Mit diesem Gerät können Sie Ihre Zuluft-Isotherm in Ihr Gebäude einbringen. Es ist sehr schön, dass die Türen in Frankfurt wieder aufgehen. Und damit ein herzliches Willkommen hier auf der ISH 2023 und unserem Stand hier bei IV-Produkt. Seit bereits 1969 entwickeln, produzieren und vertreiben wir energieeffiziente Lüftungsgeräte. Dies mit einem sehr großen Fokus auf integrierte Systeme. Das ist zum einen die integrierte Regelung, aber auch integrierte Kältemaschinen und reversible Wärmepumpen. Das Ganze gepaart mit smarten Lösungen für den Transport in das Gebäude, in den Bestand, sorgt dafür, dass wir den Alltag für den Planer, den Installateur, aber somit auch für den Gebäudeeigentümer deutlich erleichtern. Aber bleiben Sie dabei und schauen Sie selbst, wenn unsere Kollegen die Geräte vorstellen, die wir heute auf der Messe mit dabei haben. Viel Spaß dabei! Hier sehen wir ein EnvyStar Top 06 mit integrierter Wärmepumpe, dem Thermocooler HP. In Ihrem Gebäude die Heiz- und Kühlfunktion. Das heißt, Sie haben den Vorteil, Sie brauchen keinerlei Rohrverlegungen für die Kälteleistung oder für die Heizleistung. Das heißt, mit diesem Gerät können Sie Ihre Zuluft Isotherm in Ihr Gebäude einbringen. Sie haben auch die Möglichkeit, einfach das Gerät in Ihr Gebäude einzubringen, da wir hier eine Modultrennung haben. Wir können unsere Geräte als Easy Access Ausführung machen. Das heißt, unsere Geräte passen durch jede Standardtür in der Breite 900. Auch größere Geräte sind dort möglich. Wir haben hier die Möglichkeit, die Module alle zu teilen und in einer Größe so zu machen, dass sie durch jede Standardtür durchpassen. Das ist besonders wichtig bei Sanierungsprojekten, wenn alte Anlagen ausgetauscht werden müssen. Dort haben wir oftmals nicht die Möglichkeit, die Geräte auf einem größeren Weg einzubringen. Und hier ist es sehr essentiell, dass wir die Module sehr klein halten. Wir können unsere Plattenwärmetauscher in kleinere Module teilen und auch unsere Rotoren. Hier ist es so, dass Sie auch für die Montage keinen zusätzlichen Richtmeister brauchen. Wir haben hier die Möglichkeit, einfach alles sehr einfach zu montieren. Das können Sie alles auf der Baustelle selber tun. Die Module sehen Sie hier. Unsere Geräte sind horizontal geteilt und vertikal geteilt. Und bei den Plattenwärmetauschern sind sie zusätzlich noch in der Länge geteilt. Wenn wir eine größere Anlage haben, also das heißt, scheuen Sie sich nicht. Wir kriegen fast jede Anlage durch eine 900er Standardtür. Wir stehen hier vor einem Envista Top 22, unserer neuen Größe in der Top Range. Dieses Gerät verfügt über einen Luftvolumenstrom von 8.500 Kubikmeter. Insgesamt reicht die Top Range bis 10.000 Kubikmeter. Hier strömt die Außenluft in das Gerät über unseren F7-Taschenfilter. Wir verwenden in all unseren Top-Geräten tiefgefaltete Taschenfilter, um eine optimale Energieeffizienz sicherzustellen. Hier ist der Wärmerückgewinner, der rotierende Wärmetauscher in diesem Fall. Und dieses Gerät verfügt über eine integrierte Kältemaschine, unseren Eco-Cooler, so dass die warme Außenluft im Sommer hier über dem Verdampfer abgekühlt wird. Der Ventilator ist hier untergebracht und dann strömt die gekühlte Zuluft hier ins Gebäude. Im Winterfall haben wir hier einen Puppenwarmenwasserregister eingesetzt. Natürlich wäre hier auch ein Elektroregister denkbar, um die kühle Außenluft hier nachzuerwärmen. Die Abluft strömt hier über den M5-Filter zurück durch den rotierenden Wärmetauscher für die Wärmerückgewinnung und hier in den Fortluftkanal. Der Verflüssiger der Kältemaschine sitzt in der Fortluftöffnung, so dass die warme Luft abtransportiert wird. Wir haben hier das Envy Star Top mit integriertem Eco-Cooler. Das heißt, die Außenluft kommt von hier rein, geht hier über einen Filter. Von dem Filter geht es dann über einen Plattenwärmetauscher, Kreuzgegenstrom, und folgt dann der Luft hier über diesen Ventilator, geht über einen Wärmetauscher, wahlweise Warmwasser oder Elektro, geht es in die Zuluft. In der Zuluft sitzt das Kühlregister des Eco-Coolers. Hier wird die Zuluft gekühlt im Sommer und kommt konditioniert hier in die Zuluft rein. Dann die Abluft geht diesen Weg auch wieder über einen Filter, geht auch hier wieder über den Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher in die Fortluft. Auf der Fortluftseite über das Register, welches dann die Fortluft, wo dann die Wärme, die Abwärme aus dem Eco-Cooler im Prinzip in die Fortluft geblasen wird. Auf dem Gerät selber sind Außen- und Fortluftklappen schon montiert. Die werden werkseitig schon montiert und verdrahtet. Die IV-Produkt GmbH gibt es bereits seit 2014 und wir sind in den letzten Jahren stark gewachsen. Ich habe mittlerweile Kollegen, Vertriebskollegen in vielen Regionen Deutschlands und ein Service-Netzwerk in ganz Deutschland. Ich selber bin dort seit einem Jahr im Vertrieb für IV-Produkt unterwegs und muss sagen, die Produkte kommen aufgrund ihrer hohen Qualität und ihrer Flexibilität sehr gut auf dem Markt an. Wir können die Produkte sehr individuell und sehr schnell liefern. Wir stehen hier vor einem EnvyStar Flex 400, ausgestattet mit unserer reversiblen Wärmepumpe, dem Thermo-Cooler HP. Reversibel bedeutet, dass wir im Sommer mit diesem Gerät kühlen können und im Winter heizen, ohne dass wir irgendwelche Außengräte benötigen. Dieses Gerät verfügt über einen Luftvolumenstrom von bis zu 14.000 Kubikmeter. Insgesamt kann man unseren Thermo-Cooler HP für bis zu 41.000 Kubikmeter Luftvolumenstrom bekommen. Die Wärmepumpe produzieren wir bereits seit 50 Jahren bei IV-Produkt und wahrscheinlich war die Wärmepumpe nie so wichtig wie heute. Dieses Gerät ist zudem mit Easy Access ausgestattet und passt durch 90 cm breite Türen. Das bedeutet, kein Modul ist breiter als 89 cm und somit für Bestandsbauten und Revitalisierung wunderbar geeignet. Zusätzlich haben Sie noch die Möglichkeit, Ihre Anlage von überall auf der Welt zu sehen. Wir haben die IV-Produkt Cloud. Dort können Sie einfach Ihr Handy nehmen, auch wenn Sie am Strand liegen und sehen, was Ihre Anlage tut. Unsere IV-Produkt Cloud ist auch auf dem Tablet verfügbar oder auch am PC. Sie können auch eine einfache Fernwartung machen von Ihrer Anlage. Das erleichtert Ihnen auch, die Übersicht zu behalten. Sie sehen auch, ob Ihre Anlage viel Energie verbraucht, wenig Energie verbraucht. Sie sehen alle Betriebszustände. Sie können Ihre Anlage optimal nutzen, indem Sie einfach Ihre Anlage monitoren über diese IV-Produkt Cloud. Wie meine Kollegen aufgezeigt haben, sorgen unsere Geräte für ein sehr gutes Raumklima und tragen dazu bei, Energie einzusparen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns darauf, Sie bald wiederzusehen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.